ich will mich bei dir okay ich muss ihn nur ein bisschen lauter machen ich muss ich bei deinem video ausmachen weil sonst richtig doppelt ja ich weiß da mein meine mods auch immer probleme mit die müssen dann die lassen dann zwar den stream laufen müssen mich aber quasi ausmachen im stream weil sonst gibt es eine schöne schöne richtig tolle rückkopplung finden meine mods ganz toll wenn das passiert und immer nicht daran denken aber das ist überhaupt schon so oft passiert bei leuten die frage lautet welches thema willst du denn anfangen oh gott es gibt so viele und doch so ich würde ich würde sagen du suchst hier am besten thema aus wo du am liebsten mit mir erst mal drüber reden würde weil ich möchte alle haben das macht nicht einfach ich weiß aber ja weshalb wir auf jeden fall vorher darüber reden sollten ist weil ich das spiel ziemlich gut kenne und deswegen mit mods spiele die meisten mods ändern nicht das spiel großartig das sind wirklich sachen quality of life okay die machen einfach nur gewisse sachen ein bisschen bequemer und einfacher die ersparen dir ein bisschen zeit in einigen sachen nicht unendlich viel geld oder komplizierte neue sachen die machen einfach gewisse sachen angenehmer so und damit wir quasi auch im selben level spielen musst du diese muss natürlich auch drauf tun weil ansonsten habe ich einen enormen vorteil gegen die ich habe schon mal mit dem konto getestet ich hatte die bots drauf eher nicht aber wir konnten auf derselben map spielen ähm ja mit müsstest du mir dann auf irgendwas mal helfen was die mods dann angeht das ist eigentlich eine ziemlich leichte geschichte weil auch davon habe ich nur ahnung ich glaube das einzige spiel was ich in meinem leben je mit mods gespielt habe ist sims 4 da hört es dann auch schon auf mit dem mods nee skyrim skyrim habe ich auch noch mit mods gespielt und da ist bei skyrim mit mod zu spielen zumindest mit der einen version ist eine höhlen tortur und ja das war nicht schön es war nicht schön wie gesagt die sache mit dem mods das ist echt einfach das ist schnell und einfach gemacht man muss sich nur auf die gemeinsamkeiten einigen okay ja da verlasse ich mich ganz oft dein wissen und wie gesagt da ich noch nie gespielt habe ist mir das relativ egal ob das mit oder ohne mod spieler ob sage ich will das mal die ps1 version habe ich damals auch gespielt von harvest moon aber ganz ehrlich wenn ich so zurück überlege ich habe das irgendwann mal versucht noch mal ein bisschen nachzudenken weil ich auch ein schöner erinnerung hatte und dann habe ich es eingeschaltet und als ich feststellen musste dass teilweise laden und speichern was natürlich nach jeder nacht ist teilweise zwei drei minuten in anspruch da habe ich mir gedacht ne weg damit ja stimmt gut ich hab sowas tatsächlich damals einfach mit gewissen gut ich habe damals in der zeit meine hausaufgaben gemacht wenn es dann sowas gab da habe ich dann gesagt ja okay ja dann mache ich halt gerade meine hausaufgaben ich habe damals überhaupt nicht regelmäßig gemacht ich weiß nicht wie meine gutnoten zustande kam weil mündlich war ich scheiße aus aufgaben habe ich nie gemacht ja keine ahnung aber da habe ich mir dann immer gesagt gut kannst du in der zeit alles andere machen weil für mich war das halt wirklich so normal und wenn ich es heute noch spiele gut ich besitze leider nicht aber ich habe gott sei dank zu dem freund noch kontakt der das spiel hat dann denke ich mir so ja gut dann kannst du halt in der zeit alles andere machen kannst du dich um haushalt kümmern dann kann niemand sagen du machst ja nichts ne ach ja das durfte ich mir von meiner mutter früher immer anhören so ja du machst ja nie was doch ich mache genug du guckst immer nur in falschen momenten ich glaube nachmittags eine stunde ich glaube von 16 bis 17 uhr nachdem meine serie auf rtl da durch war wie ich dann nach der schule geguckt habe und ich glaube zwischen 19 und 20 uhr durfte ich noch einmal eine konsole was solltest du in der zeit denn mit durchspielen also ich glaube ich glaube ich habe zu der zeit final fantasy 7 angefangen ich werde bis heute nicht durch so bei mir über dieses thema nicht reden ich bin knapp mehr als zehn jahre älter als du ja und ich habe zu einer zeit gezockt als zocker noch ein abwertender begriff war ja ich kenne das tatsächlich nur noch so von erzählung von meinem onkel weil mein onkel ist ungefähr genauso schräg drauf wie ich was zocken angeht und er hat nur so erzählt wie er das damals gesehen hat und meine großeltern fanden das nicht cool so als sie die ersten sachen daraus kamen weil er war ja schon erwachsen quasi so und als erwachsener macht man das ja nicht mehr ach gott die gespräche ja so und ich war ich weiß doch als wäre es gestern gewesen da meine große oder hat mein opa gesagt du da habe ich nämlich auf meinem schul laptop den wir damals gekriegt haben wir waren halt in so einer probeklasse da wollte man halt ausprobieren ob laptop sich in der schule gut eignen wozu habe ich den laptop genutzt damals in minecraft zu zocken äh es war halt damals in aller munde ich habe mir damals das spiel aber damals nicht gekauft ich hatte einen kumpel der mir das dann einfach so rüber gezogen hat und da dachte ich dann nur so yahoo spiele ich das einfach mal bei meinen großeltern und opa fand das dann sowas von interessant und der wollte dann halt auch mehr wissen so ne was gibt es noch für konsumen was gibt es noch für spiele da habe ich gesagt so ja ich kann ja das nächste mal äh wenn ich im wochenende bei euch bin kann ich ja die konsole mitbringen opa fand das total klasse und ich weiß gar nicht mehr ich glaube ich habe risen damals gespielt risen 1 und ich weiß noch wie wie meine oma als ich das an der xbox gespielt hatte abgegangen ist weil ich einen wolf getötet habe und meine oma dann nur so tötest du in echt einfach auch gerne tiere im hat der wolf dir denn etwas getan ich so oma der wolf hat mich angegriffen und es ist außerdem nur ein spiel ich töte doch in echt keine tiere ich meine ich habe zwei katzen und zu der zeit auch nur ratten gehabt ich war der tierliebste mensch der es überhaupt gab so meine großmutter hat mir eine arie gehalten dass man ja keine tiere töte ich so oma die sind doch nicht echt so hallo ich glaubte tatsächlich auch dass wenn man zum beispiel call of duty oder sowas spielte dass man dann tatsächlich zum serienkiller wird und ich saß nur so vor ihr und dachte so äh hallo ich weiß nicht aber du weiterst dich noch an die alten debatten von der politik mit killerspiegeln und so was glaubst du wo das herkommt ich kann mich tatsächlich nur dran erinnern ah alter was ich mir anhören durfte aber alter weißt du jetzt mal ganz ehrlich jetzt mal ganz ehrlich hand aufs herz wer der meinung der call of duty oder sowas gesehen hat und meint das macht aggressiv der hat noch nie mit vier leuten bei mario kart die regenbogen strecke hinter sich gebracht ja boah das macht aggressiv alter ich hab die einmal mit meinem freund gespielt ne wir waren danach keine freunde mehr also danach hat so die die beziehung für ein paar minuten war die beziehung danach erstmal im arsch so weil ich hab die regenbogenstecke damals gewonnen und was ist dafür es das war der hammer wir wurden in dem moment so zu erzfeinden so paar stunden später war alles wieder gut aber äh mario kart heftig heftiger scheiß oder oder mario party ist genau so mario party oder jetzt zum beispiel äh fall guys das ist so mein mein spiel wo ich mich so übelst aufrege weißt du diese kleinen kinder die dann einfach direkt vor der ziellinie stehen die sich daran hindern über diese ziellinie zu rennen und du stehst halt und denkst dir so alter du kleines mhm könntest du dann bitte mal weg gehen äh nein das ist so mein aufreger der woche quasi was gibt's äh unglaublich also call of duty hat also warum ich sachen nur mit leuten die ich kenne ganz gezielt spiele und nicht mit irgendwelchen zufälligen wirkürlich ausgewählten leuten mhm also bei among us habe ich richtig probleme wenn da zum beispiel dann leute sind zum beispiel so äh ja starte 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 äh hallo leute ich starte das spiel wenn ich es für richtig halte mit 6 leuten brauche ich ein spiel nicht zu starten so deswegen das ist zum beispiel so ein spiel wo ich halt eine feste gruppe haben möchte es macht halt sonst einfach keinen sinn erstens ich möchte mich mit den leuten gerne unterhalten zweitens ich möchte nicht immer die ganze zeit auf englisch zugetextet werden oder auf irgendwelchen anderen sprachen die kein schwein versteht und drittens ich hasse es wenn man ins spiel rein joint ins spiel raus joint ins spiel rein joint ins spiel raus joint wo ist da der sinn ich mein hallo spielspaß schon mal was davon gehört äh scheinbar nichts nein leute ist doch alles in der schwein ja endlich habt ihr die heute äh aber allgemein auch so mit so mit kindern zu spielen ich bin wirklich offen was die community eingeht was leute gibt mit denen ich spielen kann spiel gern mit anderen leuten aber wenn es dann wirklich so komplett random leute sind von denen ich weder im chat noch bei youtube noch bei discord noch privat jemals was zu tun gehabt habe und die dann wirklich meinen hier den großen max markieren zu müssen wo ich mir denke alter ich bin älter als du was willst du eigentlich von mir du kannst ganz normal mit mir umgehen du kannst ganz normal ne so und wenn ich dann zum beispiel als host bist ich gehe ganz kurz aufs klo ich sage sogar bescheid was ich nicht mal müsste komme wieder und sehe dann erstmal so die liste der beleidigungen warum ich das spiel nicht gestartet habe und denke mir dann so was wollt ihr von mir ich meine könnt ihr mir das nicht normal sagen müsst ihr mich beleidigen und das noch auf eine sprache die ich vielleicht nicht verstehe äh ne nein find ich nicht cool einfach nein dann würde ich lieber mit drei anderen leuten im raum und zocke gleichzeitig mario party oder mario kart als dass ich mit random leuten spiele die ich überhaupt nicht kenne ja also ich spiele jetzt einmal stardewilly für mich alleine na dann mache ich eine map mit einem freund zusammen ja und ihr werdet dann die dritte gruppe mit der ich spiele ja so und der kommt dann hier vorbei mit seinem laptop und dann sitzt er und wir quatschen und hast nicht gesehen ja und während des tages kannst du keine pause machen mhm und am ende des tages müssen alle spieler bestätigen alles klar ich bin jetzt fertig ja und dann dauert das teilweise 7-15 Minuten bis es wieder weiter geht weil ich habe hier zwei Kinder mhm 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 so und da müssen die Leute halt auch Geduld haben und wenn ich dann zum Beispiel jemand habe, der dann die ganze Zeit schreibt oh, das dauert ja eh wieder, bis sie wiederkommt ähm, hallo es ist erstens meine Pause, die ich einlege wenn es jetzt nochmal eine Viertelstunde dauert weil der Hund gerade nicht sofort kann ja, dann ist das halt so kann ich auch nichts machen Tiere gehen nun mal vor, genauso wie Kinder vorgehen ja wie gesagt, ich habe einen Kumpel hier gesessen wir haben gezockt und plötzlich höre ich nur ein Pock ein sehr auffälliges Pock und wie gesagt, während des laufenden Tages kannst du nicht pausieren ich bin aufgestanden ich habe auch so ein Tastatur einfach zur Seite geworfen und geguckt, was bei meiner Tochter los ist ja, ja schön hingeflogen, weil die Blödsinn gemacht hat ja, da habe ich auch im Spiel, weiß ich nicht, fünf oder sechs Spielstunden verloren ja, ist mir egal ja, in der Zeit gehen halt andere Sachen vor so, und das war zum Beispiel vorhin mein Freund kam halt vom Einkaufen habe ich dann halt auch gesagt gut, okay, ich gehe jetzt erstmal in die Pause helfe meinem Freund erstmal beim Einkaufen oder beim Einkauf auspacken weil er da sowieso schon genug Stress hatte im Einkaufsladen so, habe ich das auch erstmal gemacht bevor ich jetzt hier weiter gemacht habe weil mir das einfach wichtiger ist es gibt jetzt manchmal auch andere Prioritäten so gern wie ich das hier auch mache das mache ich wirklich gerne da stecke ich auch viele, viele, wirklich viele, viele Stunden rein meistens auch bis spät in die Nacht wo mein Freund dann morgens auch durchs Haus schleichen muss damit er mich nicht weckt so, aber er ist damit einverstanden weil ich halt, ich frage halt auch immer wieder weil ich schon ein schlechtes Gewissen habe wenn ich dann wirklich so bis drei, vier Uhr morgens zocke dann sage ich so, ist das wirklich okay kann ich das machen jetzt hör doch auf zu fragen mach doch einfach so dann kümmere ich mich in der Zeit um den Hund um die Katzen, um den Hasen so, mach, mach dein Ding so und, und da finde ich dann halt auch gut dass er mich dann will und da so, ne, unterstützt und sagst so, ja, mach und es hat auch Ewigkeiten gedauert meine Familie überhaupt davon zu überzeugen weil ich mich ja auch selbstständig mache gerade und, äh, dann halt gut, YouTube und Streamen ist halt immer noch so Nebensache aber dann halt mit meiner Selbstständigkeit dann auch noch ähm wo sie dann halt auch so meinen ja, ist das dann auch wirklich alles in Ordnung so, ja ja gut, okay wenn, wenn du das sagst, ne wir unterstützen dich da und das hat wirklich Jahre gedauert bis das so alles akzeptiert haben so wie es jetzt halt ist so, wo ich dann auch sage gut bin ich stolz drauf ich, ich meine sogar meine Mutter ist ab und zu mit im Chat so ich gebe ja nicht zu wo ich mich echt freue weil meine Mutter auch immer gesagt hat so, ne, das interessiert mich nicht deinen Schrott kannst du da alleine machen und wenn ich dann von meiner Mutter höre dass ich das gut mache das ist für mich schon ein riesen Lob auch wenn ich vielleicht nicht manchmal nicht so mit meiner Mutter klar komme also da denke ich mir dann so okay schön und selbst meine Großeltern die dann immer gesagt haben nee wirst du Massenmörderin wenn du sowas spielst und dann Leute tatsächlich hinter mir stehen und sagen so ja das ist gut was du machst ey das gibt ne Power wenn man das so hört das ist das ist einfach unglaublich und das wo man jahrelang äh etwas gemacht hat was ja verteufelt ist ja also also ich ich hab Call of Duty gespielt und ich habe noch nicht ein einziges Lebewesen umgebracht zumindest nicht bewusst für Insekten kann ich leider nichts für äh da trete ich leider manchmal drauf aber ich glaube wenn ich jetzt auch stehe ich die neuen Gasse hoch also ich glaube wenn ich jetzt auf jedes Insekt achten würde äh ne wo ich jetzt lang gehe ich glaube ich würde nie wieder aus dem Haus kommen also ich gehöre sogar zu den Menschen ich springe einer Hummel nach wenn sie im Wasser landet zumindest im Pool habe ich jetzt gerade erst wieder machen müssen da ist so eine riesen Hummel im Pool geschwommen und ich habe dann erstmal mit so einem so einem Kerrblech habe ich dann erstmal die Hummel daraus gepfischt damit die da nicht äh ehlendig ne erseuft also vor Hummeln habe ich auch überhaupt keine Sorgen und so wir haben tatsächlich bei uns unterm Dach ein Hummelnest echt? die haben sich vor paar Jahren vereingenistet und die überwintern da auch komplett ok wir haben ab und gar keine Probleme ich glaube ich meine wenn ich mich richtig erinnere seitdem die da seit 4-5 Jahren müssten hatten wir nicht einmal eine einzige Brüche im Haus ok hin und wieder hin und wieder verirbt sich meine Biene dann nehme ich mir ein Glas, ein Stück Papier empfange ich die, lasse ich die raus ja, ich auch aber wer so eine verdammte Wespe sich hier verirrt? ja, ich weiß auch die, die sind unter Naturschutz ja, ich weiß, ich weiß oh Gott, wir haben ja gesagt ja, wie darfst du das tot machen? die sind unter Naturschutz aber ich habe gesagt, wenn die durch das Fenster kommen ist Naturschutz hier vorüber wobei es tatsächlich drauf ankommt es gibt Wespenarten, die stehen unter Naturschutz und es gibt Wespenarten, die stehen nicht unter Naturschutz das hat mir mein Freund jetzt letzten Sommer gesagt und ich meinte nur so ja, so, soll ich aber die Wespe erst mal fragen so, ja, zu welcher Art Wespe gehören sie denn? darf ich sie töten oder darf ich sie raussetzen? ja, die welche hier immer wieder reinkommen das sind diese 0815-Wespen die du in jeder Bäckerei an jedem Café hast überall wo du Zucker liest sind die Viecher ja oh, wir hatten letztes Jahr wir hatten einen Wohnwagen und die haben genau in der Dachluke hatten sie ihr Nest drin genau in der Wohnwagen-Dachluke und wir wundern uns, warum wir die ganze Zeit so einen Wespen auf unserem Teller haben und das halt nicht nur zwei, drei, sondern eine Armee an Wespen ja, weil sie da direkt in der Nähe ihr Nest hatten so und ich fand es halt richtig toll irgendwie da bei uns zu sitzen die wollten nirgendwo anders mehr hin ähm äh 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 So, und mein Freund guckt mich nur so an und meint so, was hast du denn jetzt? Ich so, Alter, ich hab solche Schmerzen am Nacken. Ich kann mich nicht mehr bewegen, gar nichts. So, ich mich dann nur noch an die Hauswand gelehnt, wirklich mit den Händen an die Hauswand ran und er hat alles abgeguckt und mir dann diese Stachel rausgezogen und das war ein Okulyt. Alter. So, und er hat Angst vor Nadeln. Das heißt, er hatte erstmal noch Überwindung, mir das Ding überhaupt rauszuziehen. So, dann das Ding draußen und ich immer noch solche Schmerzen wieder runter, weil sein Bruder damals unter uns gewohnt hat. Wir halt runter. Er hat mir dann halt Creme und alles draufgepackt. Die waren halt eine halbe Artstation damals. Und mich dann soweit versorgt und dann erstmal geguckt, ob ich nicht vielleicht irgendwie so einen Anfall habe oder sonstiges, wo ich dann nur dachte, nein, ich sterbe einfach nur vor Schmerzen. Es tut einfach nur so weh. Es waren zwei Stiche. Und auch noch beide direkt untereinander. Es war kein Millimeter dazwischen. Direkt untereinander. Und es war so mies. Es war so mies. Und seitdem habe ich wieder Angst vor Westen. Ich hatte als Kind panische Angst vor Westen. Dann habe ich es irgendwann abgelegt. Und seitdem habe ich wieder Angst vor Westen. Weil ich jedes Mal Angst habe, weil ich weiß, wie es ist, wenn sie einen stechen. Und es ist so schlimm. Ich finde es so schlimm. Eine Biene ist nichts dagegen. Ich hatte einen Kumpel. Der konnte nie das verstehen, dass ich mich in die Welt vom Westen nicht wohlfühle. Wenn die mich herumspüren, bleibe ich ruhig. Aber sobald die in meiner Wohnung sind, haue ich die einfach platt. Ja. Naja, lange Reden, kurzer Sinn. Er konnte es nie verstehen, weil er noch nie davon gestochen wurde. Innerhalb seiner 30. Ich weiß nicht, wie alt er damals war. 30, 35 und dazwischen. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, bis auf dieses eine Jahr. Der wurde nie gestochen. Bis in diesem Jahr viermal in einem Sommer gestochen wurde. Oh, Alter. Ja, das ist echt süß. Alle paar Tage direkt den nächsten Stich. Ach, scheiße. Da habe ich einfach ganz fies angeguckt. Sag, Kaba, mein Freund. Kaba. Aber wirklich. Ey, das ist echt mies. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzung zufrieden haben? Nur mit einem Kiefer von einer Ellen. Also, einen Wespenstich möchte ich nicht nochmal erleben. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Also, einen Bienenstich hatte ich auch schon mal. Das war vor sechs Jahren ungefähr. Da hatte ich meine Phase, da bin ich tatsächlich immer mit hohen Schuhen rumgelaufen. Und dann war ich noch einkaufen, wurde halt zu meinem Freund. Und ich weiß nur noch, ich konnte dann irgendwann auf diesen Schuhen nicht mehr laufen. Habe mir dann die Schuhe ausgezogen. Und ich hatte zu der Zeit gerade mein Handy verloren. Das heißt, ich bin auf den hohen Schuhen noch gelaufen, war einkaufen und auf dem Weg vom Einkauf zu meinem Freund habe ich das Handy verloren. Ich dann also nur noch schnell zu ihm und habe gesagt, du, mein Handy ist weg. Ich weiß nicht wohin. Ich habe es irgendwo in dem Feld versenkt. Wir zurück, zu Fuß auch noch, statt mit dem Auto zu fahren. Und ich dann irgendwann meine Schuhe ausgezogen und ich dann voll in eine Biene reingelatscht. Alter, ich lag auf der Straße, hatte auch da richtig Schmerzen, war aber nur nicht mal ansatzweise so schlimm wie bei der Wespe. Und dann hielt noch ein Auto bei uns und die dachten, mein Freund hätte mich geschlagen oder irgendwas wäre passiert. So und die dann so, können wir Ihnen helfen, junge Frau? Ich so, nein, nein, Sie können mir nicht mehr helfen. So und dann so, belästigt Sie, der junge Mann? Ich so, nein, mich hat eine Biene gestochen. Und die dachte so, äh, was? Bitte? Verämmen Sie uns jetzt? Und ich dann so, nein, Biene, Fuß, tut weh. Und mein Freund so, nee, ist alles gut. Sie hat einen Bienenstachel im Fuß. So, oh, okay, ja, dann fahren wir mal weiter. Oh, nee. Das war so im, ihm war es mega peinlich, glaube ich. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert. Erst später, als ich dann auf dem Sofa gelegen habe, da dachte ich so, oh, scheiße, was haben die denn gedacht, was er mit mir angestellt haben soll? So, am abgelegensten Ort des Dorfes, wirklich so weit weg von den normalen Hauptstraßen, ich auf dem Boden, am Heulen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und er steht da und, ne, will mich ein Stachel rausziehen, hat aber Probleme damit, ein bisschen Stachel rauszuziehen. Das ist ja auch nur so, okay. Die müssen sonst was gedacht haben. Oh, nee. Wir sind aber den Leuten Gott sei Dank nie wieder begegnet. Auf keinem Dorffest. Das wäre, glaube ich, sehr peinlich geworden. Weil ich glaube, das war kurz vorm Schützenfest bei uns. Äh, Ach, nee. 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 Weil damals waren wir wirklich noch so Leute, die ständig zum nächsten Dorffest gerannt sind. Überall da, wo Leute waren, die wir kannten, da sind wir auch hingerannt. Und, ja, das wäre peinlich geworden. So ein bisschen zumindest. Bis zum nächsten Mal.